Es ist da. Es wird nicht erst kommen, sondern es ist bereits da in Europa, überall. Es ist überall. Europa wird brennen für Jesus. Und ihr werdet mitten der grössten Erweckung stehen, die Europa je gesehen hat. Tausende und Abertausende. Es geht ja nicht um mich. Es geht nicht darum, was ich mag oder nicht mag. Es geht auch nicht um das, was ich will. Es geht um denjenigen, der mich in diesem Lauf berufen hat. Und für ihn, muss ich bereit sein, Dinge zu erdulden. Amen. 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 Vielen Dank.